Der Rückgang des Universalismus in den Außenbeziehungen Die Entscheidung für Israel Ob die Bindung an Israel nützlich und vernünftig ist, lässt sich schwer sagen. Der Hinweis auf die Notwendigkeit einer Kooperation zwischen Demokratien verfängt nicht. Das Unrecht, das den Palästinensern tagtäglich angetan wird durch die israelische Besetzung ihrer Gebiete, ist ein täglicher Verstoß gegen das Prinzip der Gleichheit, das doch zur Basis der Demokratie gehört. Die anderen demokratischen Staaten, besonders die europäischen, stehen im Übrigen keineswegs so bedingungslos auf der Seite Israels wie die Vereinigten Staaten. Mehr Gewicht hätte der Verweis auf den militärischen Wert der israelischen Armee. Die Schwäche des amerikanischen Heeres, das so schwerfällig ist und zunehmend unfähig, Verluste zu ertragen, hat zur Folge, dass Amerika bei Bodenoperationen immer mehr auf die Kontingente von Verbündeten oder gar auf Söldner setzt. Vielleicht wagen die amerikanischen Politiker in ihrer Fixierung auf die Einnahmen aus dem Erdölgeschäft nicht, auf die Unterstützung der wichtigsten Armee im Nahen Osten zu verzichten, der Streitkräfte Israels. Eines kleinen Landes, das mit seiner geografischen Form und modernster Bewaffnung zunehmend an einen fest verankerten Flugzeugträger erinnert. Aus der realistischen, strategischen Perspektive Amerikas, sei sie militärisch oder zivil, könnte es wichtiger sein, dass man auf Streitkräfte zählen kann, die jede beliebige arabische Armee innerhalb von Tagen oder Wochen vernichten können, als dass man sich Achtung und Zuneigung in der muslimischen Welt erwirbt. Wenn das tatsächlich das Kalkül ist, warum sprechen es die realistischen Strategen dann nicht aus? Und können wir uns ernsthaft vorstellen, dass eine israelische Armee dauerhaft die Ölquellen in Saudi-Arabien, Kuwait und den Emiraten kontrolliert, nachdem sie nur mit schweren Verlusten einst den Süd-Libanon kontrollieren konnte und heute bereits im Westjordanland alle Hände voll zu tun hat? Alle Deutungen, die auf die Rolle der Juden in den Vereinigten Staaten abheben und betonen, dass sie großen Einfluss auf den Ausgang der Wahlen hätten, enthalten ein Körnchen Wahrheit. Das ist die Theorie von der jüdischen Lobby. Man könnte sie noch ergänzen um eine Theorie der fehlenden arabischen Lobby. Da eine arabische Bevölkerungsgruppe nicht vorhanden ist, die hinreichend groß wäre, um ein Gegengewicht zur Jüdischen darzustellen, dürften die Kosten für die Unterstützung Israels jedem amerikanischen Politiker, der seine Wiederwahl anstrebt, als nahezu null erscheinen. Warum sollte er es riskieren, die Stimmen der jüdischen Wähler zu verlieren, wenn nicht ebenso viele arabische Stimmen zu gewinnen sind? Aber man darf das Gewicht der jüdischen Bevölkerungsgruppe auch nicht überbewerten. Es sind 6,5 Millionen oder 2,2 Prozent der Gesamtbevölkerung. Zudem hat Amerika durchaus auch antisemitische Traditionen. Und man könnte sich vorstellen, dass ein erklecklicher Teil der 97,8 Prozent nichtjüdischen Wähler die israelfreundlichen Politiker abstraft. Aber die Antisemiten sind gar nicht israelfeindlich eingestellt. Und damit sind wir beim Kern des Rätsels. Die Gruppen, die die amerikanischen Juden selbst als antisemitisch betrachten, die christlichen Fundamentalisten, stehen politisch auf der Seite der republikanischen Rechten. Aber unter den republikanischen Wählern ist die Unterstützung für Israel besonders groß und die religiöse amerikanische Rechte, die hinter Busch steht, hat neuerdings geradezu ihr Herz für den Staat Israel entdeckt als positives Gegenstück zu ihrem Hass auf den Islam und die arabische Welt. Wenn wir dann noch bedenken, dass drei Viertel der amerikanischen Juden nach wie vor politisch links stehen, die Demokraten wählen und die christlichen Fundamentalisten fürchten, kommen wir zu einem ganz zentralen Paradox. Es gibt eine implizit antagonistische Beziehung zwischen den amerikanischen Juden und dem Teil der amerikanischen Wählerschaft, der am nachdrücklichsten den Staat Israel unterstützt. Dass immer mehr Amerikaner ihre Sympathie für Israel unter Ariel Sharon bekunden, ist darum nur vor dem Hintergrund der These zu verstehen, dass es zwei ganz verschiedene Arten von Sympathie für Israel gibt, die sich in der Motivation widersprechen. Je nachdem, welche Gemengelagen aufeinandertreffen, ergeben sich Kontinuitäten und Brüche in der amerikanischen Politik gegenüber Israel. Auf der einen Seite haben wir die traditionelle Unterstützung der amerikanischen Juden für Israel. Wenn die demokratische Partei an der Macht ist, zeigt sie politische Bestrebungen, Israel zu schützen und gleichzeitig, soweit wie möglich, die Rechte der Palästinenser zu achten. Clintons Engagement für das Friedensabkommen von Camp David muss so interpretiert werden. Neuer und überraschender sind die Sympathien der republikanischen Rechten für Israel. Sie projiziert in den Nahen Osten ihre Vorliebe für die Art von Ungleichheit, die Amerika gegenwärtig prägt. Denn es kann eine Vorliebe für Ungleichheit und Ungerechtigkeit geben. Die Anhänger der universalistischen Idee proklamieren die Gleichwertigkeit aller Völker. Diese gerechte Einstellung vermittelt uns, dass das Gleichheitsprinzip eine notwendige Voraussetzung für ein Bündnis zwischen Völkern ist. Man kann sich jedoch mit einem anderen identifizieren, ohne an das Gleichheitsprinzip zu glauben. Während des Peloponnesischen Krieges unterstützte Athen, die Wiege der Demokratie, natürlich immer, wenn es konnte, die Demokratien im griechisch geprägten Raum. Hingegen setzte Sparta die Urform einer Oligarchie in jedem eroberten Stadtstaat eine oligarchische Führung ein. Ende des 18. Jahrhunderts gelang es den verschiedenen Monarchen in Europa, ohne große Schwierigkeiten, sich zu einer Koalition gegen die französische Revolution mit ihrem Gleichheitsprinzip zusammenzuschließen. Das spektakulärste Beispiel für eine Identifizierung auf Distanz zwischen zwei Regimen, die nicht nur dem Gleichheitsprinzip ablehnend gegenüberstanden, sondern auch der Idee anhingen, dass die Völker nicht gleichwertig sind, waren indes Deutschland und Japan im Zweiten Weltkrieg. Nach Pearl Harbor erklärte Hitler den Vereinigten Staaten den Krieg aus Solidarität mit Japan. In den Beziehungen zwischen Staaten wie in den Beziehungen zwischen Menschen kann es eine Vorliebe für das Böse oder, abgeschwächt, für die Ungerechtigkeit geben, wenn man selbst böse oder ungerecht ist. Die fundamentale Triebkraft bei der Identifikation mit dem Anderen ist nicht, dass man das Gute in ihm erkennt, sondern dass man sich selbst wiederkennt. Wir könnten sogar sagen, dass das Gefühl, man selbst habe sich zum Schlechten verändert, den Wunsch verstärkt, Doppelgänger zu finden, die die eigene Entwicklung rechtfertigen. Unter diesem Blickwinkel muss man, so meine ich, die neue Nähe zwischen Amerika und Israel betrachten. Weil Israel einen schlechten Weg eingeschlagen hat, billigt Amerika, das sich ebenfalls auf einem schlechten Weg befindet, das immer gewalttätigere Vorgehen Israels gegen die Palästinenser. Amerika glaubt immer mehr an die Ungleichheit der Menschen und immer weniger an die Einheit des Menschengeschlechts. All dies können wir ohne Einschränkung auch über den Staat Israel sagen. Seine Politik gegenüber den Arabern geht mit einer inneren Spaltung einher, das Land ist gespalten durch wirtschaftliche Ungleichheit und unterschiedliche Glaubensüberzeugungen. Die zunehmende Unfähigkeit der Israelis, die Araber als menschliche Wesen wahrzunehmen, ist für jeden evident, der Nachrichten sieht und liest. Aber der inneren Gespaltenheit des Landes sind wir uns weniger bewusst, der Tatsache, dass die israelische Gesellschaft wie die amerikanische von einem Fieber der Ungleichheit erfasst ist. Israel hat mittlerweile mit die größten Einkommensunterschiede unter den entwickelten und demokratischen Ländern. Die verschiedenen Gruppen, nichtreligiöse, aschkenasische, sephardische und ultraorthodoxe Juden, entfernen sich immer weiter voneinander, ablesbar an den unterschiedlichen Geburtenraten, die von zwei Kindern pro Frau bei den Nichtreligiösen bis zu sieben Kindern pro Frau bei den Ultraorthodoxen reichen. Am Anfang ihrer Beziehung gehörten Israel und die Vereinigten Staaten zur Sphäre der liberalen Demokratien. Darüber hinaus gab es ein konkretes Band, weil in Amerika die größte jüdische Gemeinschaft in der Diaspora lebte, nicht zu vergessen das biblische Band zwischen Kalvinismus und Judentum. Ein Protestant mit einem einigermaßen wortwörtlichen Verständnis der Bibel identifizierte sich mit dem Volk Israel. Die amerikanischen Puritaner des 17. Jahrhunderts waren als Immigranten in ein neues, gelobtes Land gekommen und ihre Abscheu vor Götzen verehrenden Völkern, Differenzierung im Sinne der Bibel, fand ein Feindbild bei Indianern und Schwarzen. Es ist zentral wichtig für die strategische Analyse der Weltsituation, die tiefere Logik hinter dem amerikanischen Verhalten zu erkennen. Die Unfähigkeit der Amerikaner in den Arabern Menschen zu sehen, gehört zu der allgemeinen Tendenz, dass der Universalismus in der amerikanischen Gesellschaft schwindet.